so flugblätter brauchte ich in der druckerpresse nee, wieso geht das nicht mehr ähm ach das ist ja doof, warte mal, ich nehme ihn nochmal vom tisch schädel den schädel rausnehmen scheiße pack den schädel wieder rein ach ja, stimmt, da steht einer dazu, einer, wer, hier, hirn weg super so, also silber geht nicht mehr aber es geht doch bestimmt noch kleber wir haben noch kein kleber mehr ok, ich gucke mal eben noch kleber echt, da habe ich keinen kleber mehr, na gut dann mache ich mal eben kleber ne, ich brauche Wasser, komm, Wasser kriegen wir doch eben schnell hier hmm hmm so so egal 11 ach komm so hmm da kann ich nichts machen hier kann ich was machen, da kann ich nichts machen hier kann ich nichts machen mit mit na oh, jetzt fehlt wieder Weizen, shit, okay gibt's auch nicht leck mich doch leck mich doch ah wir brauchen noch mal Wasser zum Ballert na 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 so komm schon, Junge, komm schon komm schon komm schon da rein da rein hier kleber bitte, danke ah so, was kann man jetzt hier machen, bitte einmal kleber kleber jawohl jawohl sehr schön dann na ne also jetzt habe ich hier so zwei verschiedene Dolche oh okay, wir können direkt hier bleiben die wievielte Leiche ist das? ist das die letzte? Oh, das ist gut ok so den jetzt muss ich überlegen herz macht zwei rote weg und einen weißen bin ich mir jetzt nicht sicher so nehmen wir mal mit wie viele habe ich hier noch oh es kommen noch zwei Leichen ok dann weiß ich ja Bescheid so das ist jetzt ja hier brauche ich noch einen vierer quasi ja gut ich habe jetzt nur die fünfer macht jetzt auch nichts aber immerhin 38 guck mal das ist jetzt ein neuner und kein sechser mehr und hier mal damit könnte ich was reißen hier würde ich tisch abräumen das müsste ein 10er sein oder was ein 11er das werden wir gleich sehen so machen wir mal zu hier uh das ist ein 11er na dann müssen wir mal was schöneres holen da kommen wir nicht mit davon warte mal wir haben doch hier ein 7er was hat der hier 5 und 4 das ist natürlich auch nicht so gut hier irgendwo was über nö ne ok so mal schauen upsie da muss ich mal gucken was ich da mache ich also kann man hier schon ist der schon durch ne er ist noch nicht durch so die Klinge kann ich mal da runter tun die bringen nicht zu viel äh was hat der denn gefertigt hat der schon irgendwas schönes gefertigt hier das mal auf die bringen nur maximal 5 da komme ich nicht mit weit äh mit dem silbernen der nicht mehr da ist wieso ist denn keine silberne das gibt es doch nicht silberne schüssel schüssel man nissel wo mache ich den hey wo war was was wo habe ich denn jetzt noch mal so über den schüssel gemacht bitte ey hier ich weiß wo mache ich den denn papier hier doch nicht stahlmeißel oh was ne linse zwei irgendwas äh wie was wo warte mal stückchen stückchen so ne linse so ne linse so ne linse Na, leck mich doch fett. Wo machte ich denn jetzt nochmal eine Linse? Eigentlich tat das doch hier so aus. Aber nein, hier mache ich keine Linse. Wo war das denn mit der Linse? Verdammt. Dafür brauchte ich auf jeden Fall Glas. Keine Linse. Das gibt es doch nicht. Wo machte ich denn die Linse? Hey. Linse? Leck mich doch ein Foto. Linse machte ich die hier unten? Ich muss mal schauen. Das muss ich abgeben. Ich komme gar nicht mehr klar jetzt. Linse. Sekunde mal. Was ist denn da los? Mach ich hier eine Linse irgendwo? Wo war das denn? Flugblätter. Muss ich auch machen. Wo war das denn mit der Linse, ey? Ich... Mann, ich komme nicht mehr drauf. Habe ich denn dieser verfluchte Linse gemacht? Ich muss gleich mal schauen. So. Das ist einer. Den kann ich hier direkt auf den Tisch packen. Können wir direkt auferstehen lassen. Und den hier... Wieso kann ich denn... Wieso kann ich dem kein Goldelixier reinknallen? Das ist doch ein Toter. Also ich meine... Das ist ein Toter, ja. Das ist ein Toter. Aber das ist doch einer, den ich... ...gerade angeliefert bekommen habe. Der ist doch nicht irgendwie aus dem Grab raus. Die habe ich schon wieder zurückgepackt. Verstehe ich jetzt nicht. So. Wie war das mit der Linse, ey? Ich dachte echt, die Linse mache ich hier hinten. Musste ich die nicht hier irgendwo... Warte mal, warte mal. Technologie. So. Wo ist denn das? Handwerk. Für gefährlich eine Werkbank für Holz. Zwei. Hä? Bin ich denn blind? Werkbank für Holz. Zwei. Ja dann, hä? Da musst du doch irgendwie funktionieren. So, Weizen. Was? Nein. Oh nein! Oh nein! Jetzt habe ich zu wenig Weizen. Oh, leck mich doch am Arsch! Das gibt es doch nicht. Mann! Ich wollte noch einmal Weizen machen. Kann doch nicht wahr sein. Ich will hier noch was Neues machen, ey. Ähm... Werkbank für Holz 2. Ist doch die hier, oder? Werkbank für Holz 2. Jetzt mal habe ich das echt nicht gesehen. Glas. Ich habe auch kein Glas mehr. Das ist ja dufte. Glas. Jetzt kann ich so lange nichts machen hier. Das gibt es doch nicht. Für die guten Teile brauche ich alle... Ne, hier. Ein Fünfer, ne? Ne, ein Sechser brauche ich ja. Ach, Mist. Und Sechser. Ne, da... Ne. Das geht nur damit. Okay. Dann muss ich aufs Glas warten. So, was war jetzt? Den Weizen muss ich runterbringen. Den Weizen ansonsten... Ich brauche wieder Geschwindigkeitstränke. Bier. Bier, ich glaube, ich muss mal oben neu anpflanzen. Die sind bestimmt schon fertig. Die Jungs und Mädels. Warum kann ich hier keine Goldinjektion reinknallen? Erklär mir das mal. Hä? Silberinjektion. Mann, war ich keine... Ich hab... Ich hab ein Gold-Elixier, aber keine Goldinjektion. Verflucht. Ich Experte. Ja, alles klar. Oh, Mann. Das merke ich hier zuerst. So. Hier hab ich noch Gläser. Oh, nicht mehr viel. Zwei Stück noch. Tudelü, 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 tudelü. Jawohl. So. Jolt, bitte einmal reinpumpen in den Mann. Dann... Oh Gott, der, was ich alles machen muss. Einer kommt noch, oder? Oder kommen noch zwei? Einer noch. Linse. Mach mir mal eine Linse. Und jetzt bitte ein Silbernenmeißel. Danke. Glas, Linse. Der Meißel kommt hierhin. Okay. So, und jetzt... Schnitzel... Schnitzelhuber. Mach mal hier. Pass mal auf. Figürchen. Eine. Oh, da kann ich mich nicht unterbrechen. Oh, da ist der letzte. Danke, Esel. So. Blütchen. Dann das hier. Äh... Ne. Ne. Ne, ne, ne. Hirn. Da könnte ich dem zwei von den... Das bringt mir aber nix, ne. Ich überlege gerade. Ja. 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 Doch, theoretisch bringt mir das schon was. Jetzt kann ich dem nämlich... Ne, das bringt mir nicht wirklich was, oder? Ich gebe dem da. Ich gebe dem eine Lauge. so und der kriegt noch einen kleber ja soweit so gut das hirn packe ich hier mal hin ach das kann man ach so ok das holz habe ich auch nicht weggetan so die zwei wollte ich ja eigentlich aufwachen lassen da liegt einer drin dann nehmen wir die beiden hier unten einfach fertig ist die kiste nehmen wir den mit das wird eben noch aufstehen guten tag der ist gleich fertig so ist der lauge drin kriegt er das da rein so den kann ich schon mal da oben reinschmeißen dann Vielen Dank.